Wir machen jetzt eine Kutterfahrt, eine hier in Oman. Es sind über 400 Gäste machen das. Und das ist ein Fußweg von 250 Meter. Vom Tourischiff sind wir jetzt einmal um den ganzen Block gelaufen. Und dann gehen wir jetzt hier aufs Schiff. Hier oben landet auch ein Fliegerlein. Hier oben brandtelast auf Schiff und kohlen. Anhalt," K yen. Das sieht uns, wie wichtig sein,isionsbildelve fund. Der Machen parkiert kurz auf. Rixaer der Wohrisch figurativ. Ja, dann kommen die Wohrischitz hug. Vielen Dank.